Ich bin wieder da. Hallo, ignoriert ihr bitte nicht den Helden? Es geht. Ja. Machen wir. Okay, machen wir. So, einmal die DNA abliefern, machen wir. 2,500? Ist ziemlich wenig, finde ich, wenn ich das zweitstärkste der Galaxie. Oh mein Gott, bitte bring ihn nicht um. Ach ja? Ja, bitte seid vorsichtig damit. Ich bin gespannt, was er wirklich sagt über Kenny, wenn er aufwacht. Oh, Kenny. Er hat uns ja vergessen. Oh mein Gott. Es ist schön zu sehen, dass ihr euch gut versteht. Ähm, nein? Ja, es ist schön, dass ihr euch gut versteht. Ja, ja, wir wissen, dass ihr euch liebt. Okay. Oh Gott, ich hab Angst. Was passiert, wenn er aufwacht? Was soll er bitte sagen? Oh nein, er kann nicht sagen? Das ist wirklich verdammt traurig. Aber jetzt haben wir jemanden... Aber er ist wie ein Zombie, der Armer. Das ist doch gruselig. Les, I can't... Les, do it. I'm so sorry, I... Les, do it. I can't believe I didn't have to tell everybody what I did. Kenny, are you kidding me right now? Das ist nicht dein Ernst, mein Gott. Das hättest du als erstes sagen sollen und nicht das andere. Ja, das ist grad echt mies gewesen. Können wir bei seinen... Wenigstens, nachdem wir ihn benutzt haben, für die Mission ihn umbringen. Weil, ganz ehrlich, das ist... Das ist schmerzhaft. Wir können ihm das doch nicht antun. Oh Mann. Sheila, Job, ich hab gehört, dass du bald sterben wirst. Hm, also komm, stell im Pfandleihaus und gib dein ganzes Geld hier aus. Wir können da doch gar nicht hin. Wie sieht's denn nicht draußen aus? Wir waren nur einmal draußen. Ja, sieht immer noch schrecklich aus. Wir gehen wieder rein. Ist ganz egal, was du kaufst, aber du solltest wirklich all dein Geld hier ausgeben. Danke, bis bald. Äh, ja, das können wir aber nicht. Wir können doch nicht wieder dahin. Oh. Oh, Gott. Ey, Lizzie, das ist doch nicht dein Ernst. Oh, du bist ein Hentai. Oh, du bist ein Hentai. Niemand wird uns schrecklich. Jeder in der Welt liebt Hentai. Es ist großartig. Oh, no. Lizzie, das ist deine Besorgnis. Nicht, dass wir sterben. Wird wirklich schwer für sie werden, wenn wir sterben. Ja, ich, äh, ich hoffe, wir überleben das. Ich bin mir auch unsicher. Obwohl, bisher war alles ziemlich einfach, also, ja. Das war es wirklich. Oh, okay. Ja. Wir sind bereit, ja. Gib mir etwas bis heute. Nein, ich bin bereit. Let's do it. Komm zu uns. Dieser Name von Evi. Ah, da sieht er gruselig aus, Mann. Wir sollten ihn wirklich umbringen, wenn wir fertig sind. Weil es sieht nicht aus wie ein schönes Leben, was er jetzt führen kann. Ich weiß nicht mal, ob er irgendwas spürt. Ich weiß nicht, weil er wiederholt alles nur. Er wiederholt nur seinen Namen und ist irgendwie nicht ganz geistig da, glaube ich. Ich bin mir unsicher. Vielleicht war es einfach nur grausam, ihn wiederzuholen. Im Prinzip war ich ein Zombie jetzt auf den Arm. Gerhard, sei alle zurück, ja. Ich bin zu scared, du guck aus. Was sagen, auf Wiedersehen? Wir sollen uns echt verabschieden? Komm, talk to me. Ich habe eine letzte Sache. Ja, Gene. Ich mag das nicht, dass so umsteht und sag auf Wiedersehen. Aber es klingt so, als ob wir wirklich nicht mehr wiederkommen. Ja, auf Wiedersehen? Heißt ja, wir sehen uns wieder. Aber ich bin mir unsicher. Danke. Du könntest auch mitkommen, aber danke. Danke. Doch, wir machen ihn fertig. Wieso haben wir das denn in ihn reinbekommen? Also, wenn er uns das schon gibt, werden wir es auf jeden Fall benutzen müssen. Ich sehe das schon gut. Oh, Gene. Danke. Ja. Wir sind eine Familie geworden und ich hoffe... Ich hoffe, wir kommen auch zurück zu dieser Familie. Auf Wiedersehen, Leute. Drückt mir die Daumen, wünscht mir Glück und... Ich hoffe, so viel Glück werde ich nicht brauchen. Oh, Gene. Danke. Dann bin ich... Oh Gott, das ist Erde? Das sieht dafür natürlich aus. Oh, was genau? Oh, wir müssen das aufladen, sonst wie geht die Waffe? Oh mein Gott. Oh, Elektro. Okay. Das ist echt ganz schön stark. Wir müssen es nur aufladen. Das kann overchargen. Das ist aber nicht so schlimm. Was? Oh ja, da ist er. Wir kommen bestimmt hier durch. Nein, hier kommen wir nicht durch. Kommen wir irgendwo oben lang? Dieser Let's Do It sieht echt... Das sieht horrormäßig aus. Wie so ein halber Fisch oder was das ist. Hier kommen wir auch nicht rüber. Wo kommen wir denn lang? Doch da lang. Bin ich nicht richtig gegangen? Muss man da rüber gehen irgendwie? Hä? Ich muss doch hier lang. Oh! Wir müssen es mit ihm kaputt machen. Okay. Ich stehe. Er kann also auch Sachen kaputt machen. Wow, die sterben auch echt schnell. Mit denen hatten wir aber am meisten Probleme. Mit diesen schnellen Viechern. Mit dem... mit dem... mit dem Anzug. Der Let's Do It hat sich. Ja, Let's Do It. Wir machen das. Ich frage mich, ob er nach dem Namen benannt wurde. Hup. Oh. Oh, ich glaube wir haben keine Milizierung bei ihm oder so. Ich weiß gerade nicht. Wir gehen gerade nicht mit aufladen. Äh, ich glaube ich sterbe gerade. Kann das sein? Ich sterbe gerade. Wir müssen mal ein bisschen abhauen, bis wir peilen. Ja, jetzt können wir Let's Do It wieder rausholen. Ja, wir hatten einfach keinen Charge mehr. Okay, ich mag ihn von der Kraft her, aber... Aufladen und so fühlt sich nicht schön an, mit einfach zu schießen. Ich hätte gerne wieder Kenny. Dann lassen wir ihn aufladen, so lange. Huh. Ach so, dann sind die Babys. Wir schießen gleich weiter mit der anderen Wasser, aber ehrlich gesagt, das ist mir zu anstrengend, so. Die Handy haben wir ein bisschen erupgraded, das ist ganz hilfreich. Mit dem Globschuss und Schuss und so. Das hilft schon ganz schön. Wir müssen mal einen Backkampf aufpassen, damit wir den nicht überhissen. Die Leihwache. Das Ende ist uns schlecht. Da war ja noch jemand. Oh Gott, da sind noch mehr. Ich glaube, jetzt brauchen wir wieder den. Ja, das hilft. Gene, du schaffst das, Kleiner. Oh, Gene. Du bist wirklich ins Herz geschlossen. Du bist weit gekommen. Das weißt du doch, oder? Dann brauchst du sie einmal. Und wir durch können. Und auch auf mich, weil du... Oder was? Achso, er ist stolz auf sich selbst und auf uns. Also 70% sind bei mir und 30% sind hier zu schreiben. Alles klar. Natürlich. Was da so einen kleinen Ego-Trip wieder drauf zu festen, Gene. Mein Gott. So. Können wir gerne verhandeln, aber ich werde nicht nachgeben. Viel Glück. Danke. Gene, keine Sorge. Du kannst hier 70% haben. Ist in Ordnung. Akzeptiere ich. Du machst das ganz gut. Ohne dich wäre ein Verwechseln zu weit gekommen. Entschuldigung, die letzte Nachricht sollte nicht an dich gehen. Was wäre hier Nachricht? Oh, jetzt haben wir die letzten nicht gesehen. Also ihr wahrscheinlich ja, ich nicht. Außer das mit dem Verhandeln. Falls es das war. Okay. Bitte. Wo nicht einmal in Ruhe lassen? Wo ist er? Da ist er. Das geht ganz schön weit, ne? Das geht ganz schön. Das wissen wir, Anzug. Es bringt nichts, dass du mit uns redest. Ich verstehe kaum mein Wort. Ja, wir lieben dich auch. Wir haben uns von ihm verabschiedet. Das war der ganze Krapfe-Gespräch hier. Ich habe echt kaum was mitbekommen. Es ist wirklich laut hier, während man kämpft. Ich werde sich keinen schlechteren Zeitpunkt aussuchen können, um zu kämpfen. Äh, um zu reden, meine ich. Ich war schon ganz aufeinander mit dem, was ich sage. Weil wir hier auch dauernd Schaden bekommen und nicht gerade wenig. Selbst auf einfach gestellt ist das hier ein bisschen... Jetzt stellen wir uns auch einfach nur blöd an. Ich habe das Gefühl, ich schieße die ganze Zeit daneben, was nicht mal so... Was nicht mal stimmt, aber... Das sieht nicht so an, weil es so viele sind. Was haben wir? Oh, doch. Ich dachte, der lebt noch. Aber nein. Das war nur... Nach Bewegung noch. Sagt die ganze Let's do, oder warum hintergrund? Die passen es nicht. Boah, ich tag mit dieser Schmutzpädeltrappe gar nicht. So, vorher war das explodieren, ne? Rein und dann auf den Landerschuss. Hier auch rein und dann... das wäre schon schon. So, aufladen. Was ist da grad Sniper und nur Sniper gesliked? Was ist das für Anspielung auf Dora? Oh mein Gott, die haben sogar Dora-Anspielungen hier, ich weiß das nicht. Oh Gott, ich brauch wieder... Oh Gott. So, einmal Knife zu einem Einsatz kommen. Den haben wir kaum benutzt. Ne, da hat wieder so'n... Warum kümmern wir uns gleich? Da hat wieder diesen Projektor da... Halbprojektor. Jetzt dran. Was echt nervig ist. Du keines nerviges Fien, ne? Du bist schlimm. Oh Gott, schießt noch wer davon. Oh, ich hab's nicht zurückgeworfen. Ich dachte... Meinst du das? Boah, dieser Kampf. Das ist ja schlimm. Ich kann wissen, dass das Messer die ganze Zeit irgendwelche Sachen schreit. Ich hätte gerne, dass er das wieder tut. Irgendwas Böses. So, war's das? Jetzt war's was doch aber, oder? Huh, das war's. Lizzy, macht euch keine Gedanken um Gene und mich. Es geht uns gut. Na Gott sei Dank, die haben sich wenigstens Sicherheit gebraucht. Das können wir nicht behaupten. Beendet das hier einfach. Ja, viel Glück. Ja. Danke. Ich glaube, das Glück brauchen wir doch. Ich denke, ihr müsst das wirklich durchziehen. Das ist echt verrückt. Es gibt sowieso keinen Zurück, weil wir müssen das durchziehen. Egal, was du sagst, Lizzy. Es ist echt völlig durchgeknallt, dass du die Welt retten wirst. Ja, oder? Sei stolz auf deine Schwester. Oder auf deine Tochter, wenn's nach Gene gehen würde. Ja, noch ist gut. Ja, das war's. Das war's. Ja, das war nicht der Zeit für Chit Chat, Kenny. Oh, komm mal, du bist immer noch nicht... Mad at du? Du bist, du bist, du bist? Du bist wieder? Ich bin gerade mad. Ja. Ja, das ist kompliziert. Wir lieben dich, Kenny! Ja, 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 ja. Das ist kompliziert. Ich sagte er erstens, das kompliziert. Wir hatten die diese stösische Erfahrung mit einer riesigen Drugs-Druck-Experienz zusammen. Wir haben so viel darüber über uns selbst und studieren zusammen. Und wir haben zusammen. Look, Kenny, da war ein paar Sachen zu lassen. Wir werden es nicht über die Schleunige in einem Drugs-Druck-Druck-Druck-Druck-Druck. Also 50-50 Chance, dass sie ihn komplett vergeben? Ja, Nivey. Ich bin froh, dass der auch mal was gesagt hat. Der ist kaum dabei. Der ist auch ein Teil der Familie, auch wenn er sehr, sehr krank ist. Also ich glaube, jetzt müssen wir unbedingt diesen Typen töten. Sonst wird Kenny niemals vergeben. Da hat wenigstens eine Chance, dass man ihm vergeben kann. Und wir hätten uns hier beim Gespräch hinsetzen können, okay. Ja, wir müssen uns jetzt nicht hinsetzen und uns ewig die Szenerie ansehen. So viel Szenerie ist hier nicht. Ich habe das Gefühl, das stört Kenny so ein bisschen. Ich denke, ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wir machen den fertig. Ich glaube, man merkt richtig, dass man hier alle Waffen braucht. Das finde ich super, dass wir alle zum Einsatz kommen. Aber wie Kenny gesagt hat... Ach, diese Wiederholungen. Verdammt nochmal. Sehr langweilig. Faules Game Design. Nein, ich bin zufrieden, wie sie es gemacht haben. So, bin ich hier rein oder ist hier ein anderer Weg? Oh, da. Okay. Äh, Kenny einmal. Sehr gruselig angehört, Mann. Ja, natürlich bist du praktisch. Du bist immer nützlich für uns. Die Aussicht könnten wir uns ansehen. Oh ja. Hm, Arena. Hm, hm. Mach dich bereit. Oh, da ist er. Das ist unser letzter Kampf. Hm. Dann ist es vorbei. Das ist kein L. Gamantus. Hi. Willst du vorher mit uns noch reden? Nein, direkt geht's los. Bist du bereit zu sterben? Ach, wir sind auch ziemlich stark. Oh, ich bin genau rein. Aua. Das hat uns zweimal getroffen. Haben wir kaum Schaden gemacht, oder? Also wir bleiben mal unter ihm. Wenn diese Laser kommt zumindest. Ich kann ja schon die Hälfte von ihm. Hat er mehrere Versionen, oder? Aua. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wie soll ich da aussehen? Hoi, 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 hoi. Okay, ey, chill mal. Nicht so schnell auf einmal. Nicht so viel schnell. Was ist das? Nein, 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 nein. Es ist von jeder Perspektive. Niemand hat eine andere Perspektive von dir. Ich benutze ja gar nicht. Ich bin vielleicht eigentlich benutzt unsere super starke Waffe gar nicht. Was soll ich denn? Oh ja, das macht direkt nicht Schaden. Wieso wird die ganze Kenny benutzt? Da kommt hundertprozentig noch eine Welle mit ihm. Ja, hier. Äh. E. E. Oh, wo stecken wir das denn rein? Hm. Nein. Hm. Ekel. 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 Warum musst du das so beschreiben, Kenny? Ist ja widerlich. War das der Kampf? Oh nein. Hi. Ähm. Okay, gut, das hätte mich auch gewundert werden, dass es Endkampf gewesen wäre. Was? Nein. Oh Gott, wen denn? Jack Black und Susan. Ich weiß nicht, was Susan ist, aber Jack Black, ja. Also Jack Black, ja, aber nicht persönlich. Nein. Ich bin froh, dass sie nicht hier sind. Ich bin froh, dass sie nicht hier sind. Der Jack Black und Susan. No. Kursa. No. Oh. Okay. Soll ich unsere Schuld, dass du verkackt hast? Dass du niemanden geholt hast hier? Komm, let's do it. Jack und seine Ware klappen. Kann man sich jetzt mal aufladen? Ich steck mich so lange weg beim Aufladen, dann können wir direkt weitermachen. Hup. Er ist doch jetzt durchgeschleimt. Wieso tut das immer noch weh? Wie? Oh, was war das denn? Ich habe auch keine Lust, glaube ich. Oh, unter uns. Oh Gott, das ist schwer. Das ist schwer, 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 schwer. Okay. Das ist eher Bosskampf mäßig. Was ist da hinten da? So, ist die Waffe jetzt wieder aufgeladen? Ja. Ich glaube, wir waren gerade im Gift drin oder so. Und wenn er herangeht, kann man vielleicht besser aufweißen. Ich weiß nicht. Zumindest was diesen großen Angriff angeht. Aber vielleicht doch weiter weg. Dann hat sich das schon... Oh mein Gott. Hast du dich gerade darüber aufgeregt, dass wir fliegen? Komm, er ist fast tot. Wir enden das mit Kenny, nicht mit anderen Waffen. Na komm. Obwohl, vielleicht doch. Okay, und jetzt? Knifey? Messer? Komm, wir stechen ihn. Nein. Nein, 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 nein. Er will nicht reinkriechen, oder? Nein. Kenny, nein. Nein. Ja. Ähm, wir müssen irgendwas anderes finden. Nein, ich will nicht, dass du stirbst. Aber Kenny. Das will ich nicht machen. Nee. Das kann nicht unsere einzige Möglichkeit sein. Nee. Irgendwas anderes, wenn wir da machen können. Aber wie können auch andere Leute da reinschrecken? Oh mein Gott. Wir könnten alle da reinschrecken. Ich will aber nicht. Oh, you serious? Wir könnten wirklich jeden hier reinschieben. Wir könnten wirklich jeden hier reinschieben. Aber ich will nicht. Ich will niemanden von euch da rein tun. Ich meine, der sieht aus, als ob er wollen würde. Ach man, haben wir echt keine andere Möglichkeit? Können wir nicht hier nochmal schießen oder so? Oh Mann. Oh Mann. Ich will nicht. Und du bist unser bester Freund. Oh, Kenny. Ich hoffe, er überlebt das irgendwie. Er muss das irgendwie überleben. Wieso gehen wir die ganze rückwärts? Automatisch? Oh, das war automatisch. Kenny. Lebt er noch? Er lebt bestimmt noch. Oder vielleicht regnet er gleich in unsere Hand oder so. Nee, er muss das überlebt haben. Ja, da fliegt was. Er hat überlebt. Er hat überlebt. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Ja, wir haben dich vermisst. Mann, bin ich froh, dass er nicht gestorben ist. Das wäre so ein Ads-Ende gewesen. Gott sei Dank. Oh, wow, das war's. Das war jetzt das Ende? Ich dachte, vielleicht kommt irgendwie noch eine kleine Szene oder so. Ähm. Wow. Wir haben es geschafft. Und wir werden auch von Gene eingeladen zu irgendwas. Und, äh. Ja, also das Spiel war super. Das war gar nicht mal so lang. Hat sich sehr, sehr kurz angespielt. Aber ganz ehrlich, es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe das, glaube ich, innerhalb von drei Tagen durchgespielt. Also. Oh, Mom and Dad are mostly okay, ja. Denen geht es einigermaßen gut. Das passt. Ja, was soll ich jetzt sagen? Hat Spaß gemacht, den kleinen Drogentrip mit euch zu erleben. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß gemacht. Genießen wir es mal. Diese Credits sehen und warten darauf, was auch am Ende noch was kommt oder nicht. Also verabschiede ich mich schon mal. Falls der Zidane noch kommt, sage ich dir nochmal Hallo. Falls nicht, genießt die Credits. Also verabschiede ich mich schon mal. Also verabschiede ich mich schon mal. Dann haben wir einigermaßen gut. Also verabschiede ich mich schon mal. Also verabschiede ich mich schon mal. Aber wir verabschieden uns das ganze G3. Und wir verabschieden uns das ganze G3. Und wir verabschieden uns das ganze Galaxie. Und jetzt sind wir fertig. Also verabschieden uns das ganze G3. Das ist extrem beeinflusst! Sie haben mich in dieser Geräusche! Kein Weg raus! Woopity-Woop-Woop! Das ist der Art von Geräusch er macht, richtig? Wasp? Auf dem Wasser, zu einem Fluss! Auf dem Wasser. Mitsel an, wasp. Das ist ein Schl�. Und das buch ist dir. Petikel kann man nicht ausgehen. Öl im Wasser. Das ist ein Witz. Und beim Wasser. Es ist ein Witz. Und der Sand ist, wasp. Vielen Dank.